Wir sind Swiss Snow Happening in Mürren, gutes Wetter, gute Stimmung, was will man noch mehr? Es gibt ein paar Impressionen von diesem coolen Anlass, geniessen es! Das war's von diesem Happening und dieser Saison mit dem Skischuervlog, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal in Adelboden. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!